So bitte, okay, abonnieren, ja, da ist dieser Knopf, äh, dieser rote Knopf, den müsst ihr einfach nur drücken. YouTube Tutorials mit Mystical, YouTube Tutorials mit Mystical, BAM! Ich glaube, ich mach das wirklich mal einfach. Einfach so, es hat so ein Minecraft-Video-Strap, also so. YouTube Tutorials mit Mystical, YouTube Tutorials mit Mystical, Zwinker. Hallo ihr Schönen, willkommen zu einer neuen Aufnahme von Skywars, mit dabei ist Vestical Link. Ja. Hör auf zu lachen! Bist du gekickt? Nein, ich, ich lach, ich lach doch gar nicht. Wurdest du gekickt? Äh, ich würde auch gekickt. Mann! Warum haben wir kein Glück? Pirate! Okay, da bleiben wir wahrscheinlich eh nicht drin. Ja, guck mal die Prämis an! Ja, Alter! Wir müssten uns jetzt noch ganz schnell Premium kaufen. Ja, wahrscheinlich, Alter, ich geb mein Geld für Besseres aus. Ich geb mein Geld für Lego Star Wars Spieler aus. Oh, ganz ehrlich, ist halt einfach so. Was? Mann! Ich bin der Letzte. Wenn ich jetzt drin bleibe, ich will gucken. Ich bring dich um! Ja, ich wurde gekickt in den letzten vier Sekunden. Das ist so leid. Mann, das sind 32 mal 2! Wir rufen einfach nach ihm und sagen, dass... Alter! Schandig! Aber das ist du! Warum? Scheiße! Ach, ich dachte, das sind meine Blöcke! Wollen wir das sind von beiden unsere, ne? Ja, wir sind drin. 3, 2... Leute, nur zur Info, wir trainieren für live, ne? Ja, sowas von... Und das kann echt, das kann echt so die behinderte Aufnahme werden, Alter. Mann, du behinderter Teammate! Ich hab den besten, äh, klickspeed of the world. Aha. Guck mal, guck einfach, guck mal auf... Klickspeed von... Guck mal aufs Dock vom Haus. I am God. Warum lachst du? Er gibt dir die Erfahrungsfession und sagt dann einfach... I am God. Das ist gar nichts aus der Galaxie, Alter. Ja, ich hab den Goldschutzhack geeffizient. Er soll mal sein Selfie ficken. Warum bauen wir uns beide eigentlich? Ich wollte mich hochreißen. Ich wollte eigentlich bauen, aber du musst... Hi, Jude! Na, wie geht's dir? Also, mir geht's ganz gut, ne? Und dir? Ich hab nur ne Goldschutzhack geholen. Ernsthaft? Ja. Wie sah es grad so aus, als hättest du Flyhack? I am away, I am fly! Warum sollte ich eine Krawatte ficken? Leute, live wird das beste Projekt, Alter! Nein! Bist du irre? Ich bin tot! Scheiße, ich hätt ihn fast noch gerackt. Gerackt, Alter! Get racked! Get racked, bitches! Bitte sterbe! Bitte sterbe! Bitte sterbe! Nein! Ja! Er freut dich, wenn ich sterbe! Bananenschwert! Oh mein Gott, wo ist Bananenschwert? Komm schon, ich will Bananenschwert sehen! Bananenschwert! Bei mir leckt es ein bisschen! Alter! Bananenschwert! Bananenschwert! Ich weiß gar nicht, was abgeht! Bananenschwert! Jetzt antwortet er so, ja! Okay, wir sind beide drin! Äh, äh! Äh, was macht unser Teammate da eigentlich? Okay, ich glaub nicht, dass wir das machen! Nein! Unser Teammate! Nein! 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 Wie dumm! Wie dumm war er... Oh nein! Hilfe! Komm, wir trinken ihn! Ja! Ja! Genau! Warte, vielleicht haben die Rüstung auf der anderen Insel... Ja, ich hab ihn... Willkommen, bitch! Fuck! Guck mal meine Quip an! Bam! 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 Scheiße, das ist jemand... Nein! Musical! Pass auf! Renn, 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 renn! Nein! Du dummer Kopf! Wo bist du gewesen? Wo? Pfff! Ein bisschen beim Aufnehmen... Also reg dich nicht auf! Haha! Ja, auch wenn die Lacher halt ein bisschen... Ja... Leute, wir sind zwei am App! Ja... Ich hab doch gar keine Waffe! Denkst du ich? Ich hab nur meinen Assassinschwerden, Alter! Warte, ich hol dir einen! Jolo! Nein! Alter! Ich wollte doch noch mit dir so viele Sachen machen! Wie zum Beispiel... Spaß! Hab ein... Komm! Denkst du! Ja, meinst du kommst! Hey, tut! It's the baby! Hey, fucker! Why don't you go fuck yourself? Warte, das ist eine Ender-Perl! Ender-Perl! Nicht Pearl, Perl! Nein! Nein, da oben ist jemand! Achtung, er will gleich auf dich springen! Ah! Du Pisser! Nein! 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 Warum? Also zu... Nein! Wo bist du? Hey, wo bist du? Was ist passiert? Ich hab' einfach gar nichts springen! Hey, Archan! Ich hab' einfach gar nichts springen! Ich hab' einfach gar nichts springen! Geh' weg! Und wir haben Gomme, Alter, das ist wahrscheinlich der richtige Pro-Mann. REN! Nein, GEMMIS! Hä, Archer ist doch viel besser, Alter. Deine Mutter, alles komm. Deine Mutter. Also das ist auf jeden Fall eine gute Community of Gommes. Hey, ich will auch noch was bekommen. Du klickst mit Over-Night-Tausend, Alter. Ja, ganz ehrlich, ich könnte einfach nichts machen. Du bist so ein verficktes Sliff. Das piep ich raus, Bastard. Sag, sag! Das piep ich raus. Wo bist du eigentlich? Achso, oh. Nein, warum bist du runtergefallen? Wir sind halt in so einer Höhle. Und die ist halt zickzack gebaut. So, die haben wir halt zickzack abgebaut. Und irgendwie kommt Lava. Und da springen wir drüber. Und die Gegner vergessen zu springen, weil sie zu dumm sind für irgendetwas. Und dann fallen sie in die Lava und dann können wir sie tun. Heaten. Ich heate auch immer meine Gegner. Heate. Ich habe ihn auch. Ich habe ihn geheatet. Ich glaube. Wie du schneidest es rein. Ich schneid das rein. Hello, it's Sonic. Hello. It's me. Mit Sonic, Alter. Das sieht ein bisschen los. Aber ich mag das Lied irgendwie auch ein bisschen. Hello. Hallo. Hallo, ich bin's. Na, Digga. I thought you were a subscriber because you'd unsubscribed to me. Ey, so, so, so. Wie heißt das? Hello. Wo bist du? Ich habe gerade gedacht, bei dem Gamer mit 3 statt A, dass das Fun-Gamer wäre. Oh, ne, der heißt ja Enjoy my Fun, Alter. Enjoy richtig. Schön, Guss am Fun-Gamer. Fuck you, ich habe eine Ender-Pferde. Wie, du portest dich irgendwo hin? Port. Ich habe mich gerade geportet. Hä? Wo bist du? Ich habe mich gerade geportet. Dein Ernst? Ja, was denn? Was soll ich machen? Ich will doch wenigstens jemanden killen. Nein! Oh, das bist du! Warst du, hä? Wo warst du? Ich habe gesneakt und war oben. Ja! Du Penner! Oh, Mann. Ich dachte mir so, ja, lass ihn doch in die Mitte, der kleine Junge hat's verdient, ne? Scheiße, da sind Leute. Wo, wo, wo? Wo warst du? Wo warst du, bitte? Da kamen gerade einfach Typen. Ey, ich bin tot! Easy! Hashtag Team... Paluffe? Was? Team Wald? Verpeilt. Achso, ich dachte Team Wald, Alter. Wir sind so richtige Baumkinder, Alter. Hallo und willkommen zu einem neuen Part von Live3. Wir sind das Team... Wir sind mal wieder auf dem Baum. Wir sind mal wieder Baumkinder am Start. Und wir haben uns überlegt, dass wir heute mal in den Untergrund gehen, weil das ja ungeforschtes Gebiet ist. Bei uns, ne? Wir essen ja eigentlich nur, wie heißt das, Eulen? Also, Enyard essen wir nur eigentlich. Und keine Ahnung, wen wir noch essen. Also, wir essen gerne ein bisschen... Enyard. Fleisch, aber manchmal ist es halt auch echt entspannt. Und ja, also... Ich wurde gekickt. Und ja, also... Ihr könnt euch mal bei uns vorbeischauen, weil... Hashtag Team Wald wird gewinnen. Hashtag Team Wald halt. Abonniere auf jeden Fall uns, weil wir sind das beste Team, was es hier gegeben hat. Also bitte, okay. Abonnieren. Ja, da ist dieser Knopf, äh, dieser rote Knopf. Ihr müsst ihr einfach nur drücken. YouTube-Tutorials mit Mystical, YouTube-Tutorials mit Mystical, BAM! Ich glaube, ihr macht das wirklich mal einfach. Einfach so, es hat so ein Minecraft-Video-Streme. Also, YouTube-Tutorials mit Mystical, YouTube-Tutorials mit Mystical, Zwinker. Es gibt so ein Video, da scheint so ein kleiner Junge auf ein. Er muss fixen! Er muss fixen! Halt dich nicht um. Jetzt muss ich Aaron kurz konzentrieren. Nee, du kriegst ja nicht. Er muss fixen, Mann! Wir müssen fixen! Fixen! Oh mein Gott, schau, das ist doch nicht richtig, Mann! Ich weiß doch, einfach so beim Schlittschuh, ne? Ich bin da so, halt, so normal rumgefahren. Dachte mir nix, ne? Also, ich kann kein Schlittschuh fahren, Leute. Ne, und jetzt kommt das Geilste auf Erden. Ich bin da so, denk mir nix, und du kennst doch da, wo das Hockey eigentlich ist, ne? Oh, knapp halbes Herz. Okay, äh, Rekma. Ich bohre dich zu. Ja, scheiße. Vielleicht war es, ich bohre dich nicht zu. Ich hab deiner Ferne. Ihr kennt doch diese Auswege da, also, äh, ne, Einwege, wo man, äh, als, äh, Hockey-Spieler reinkennt. Und ich war mal so, schon, ich bin da so am Schlittschuh, ein Freund hat's mir beigebracht. Und jetzt kommt das Geilste auf Erden. Ja, fuck, wo ist einer? Er hat sich, er hat sich kurz sowas zu essen, gut. Jetzt kommt das Geilste von mir. Ich bin da so, denk mir nix, ich fahre, auf einmal maule ich mich. Also, da war halt, du kennst doch diese Tribüne, äh, wo Hockey, äh, wo die Hockey-Spieler sitzen, ne? Ja. Ich bin so mega schnell gefahren, auf einmal, ich fahre, fahre gegen diese Wand und knall mit Kopf über da, gegen die Dings da. Äh, wer ist das in die Tribüne rein? Oh. Du weißt nicht, also, erstens, das hat sauweh. Äh, warte mal, wir müssen kurz. Warte, ich hab ne Ender-Ferder-Song. Fuck! Hilfe! Ich bin tot. Ach, Leute, das war's für das Video, bevor ich noch komplett ausrasse und dir noch irgendwas zer- Okay, erzähl dir, also, noch mal eine Liebe an euch Schnellen, okay? Nein, mach mal. Okay, also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das, äh, war- Shopping-Chaos gibt es immer noch was. Okay, Leute. Das war ein Video von der Sonic-Bro und, ja. Ich, also, das ist das Erste von, also, von Subster Gaming, das ist das Böses, aber anstatt, dass er mich, äh, der Sonic-Bro nennt, nennt er mich der Sonic-Bro. Bro oder Bro? Bro! Also, halt nicht Bro, also der Sonic-Pro, sondern der Sonic-Bro. Dicke, Alter! Ja, also, das war jedenfalls das Video von Sonic. Ähm, schaut aber auf jeden Fall auch bei diesem sexy Mystical vorbei. Ein Mystical? Und, ja. Dann, tschüss. Tschüss, meine Ex, ne? Nein, Spaß. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst es positiv, wenn ihr mich und den Mystical-Link erzählt, aber mit. Mystical-Link? Mystical-Link, hab ich gesagt. Dann lasst uns mal ein Abo da und ich will sagen, ich will euch im nächsten Video wieder. Tschüss! 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 Tschüss!